Links, links, bitte. Links, bitte. Hier ist die Barriere. Moment, wo war die Barriere? Die hätte ich jetzt echt nicht gesehen. Rot-Weiß, ne? Das ist der Wahnsinn. Achso, da würde man auch mit dem Auto gegen fahren. Genau, da ist der richtige Schrank. So, Leute, wir haben jetzt hier einen VW Passat. Ich zeig den euch mal ganz kurz von vorne. Ja, das ist der einmal von vorne. Dann fahren wir mal eine Runde. Einmal von hinten natürlich auch noch mal kurz zeigen. Das ist quasi diesmal ein Kombi. Ist, glaube ich, ein Kombi. Hoffentlich zumindest. So, Automatikgetriebe. Ich steig mal ein. Nice, das brauche ich nicht. Wie sieht das aus mit dem Abstand zu den Pedalen? Moment, warte mal, wo sind die Pedalen? Die sind schon mal gefahren. Ja, ich bin so gespannt. Ja, was soll ich sagen? Automatikgetriebe. Wo ist hier der Sportmodus, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Gut, wirklich schnell fahren kann man hier nicht. Das ist nämlich ein Übungsplatz hier in Kiel. Und, ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich mache mal die Tür zu. Dann schnallen wir uns mal an. So. Ich mache dann jetzt die Aufnahme. Ja, mach ruhig. Drück drauf und dann mach einfach rein. Oh, die Kamera sitzt ja auf dem Kopf, oder was? Zwei, ja. Eine auf dem Kopf. Dann macht er alles aus. Ich bin ein wenig Autoverrückt. Das müssen Sie wissen. Okay, gut. Also. So, dann habe ich ja eben schon erklärt. Sie wollen aber auch Gas geben und bremsen. Ja, ja, klar. Gut. Dann haben Sie jetzt das linke Pedal zum Bremsen. Ja. Das linke Bein brauchen Sie gar nicht. Das stellen Sie ruhig ein bisschen weiter nach links, dass Sie da gar nicht in Versuchung kommen. Und wenn Sie da auf die Bremse treten, können Sie jetzt den Motor starten, indem Sie den Schlüssel, der hier vorne ist. Okay. Nimmst du auf? Ganz vorne. Okay. Hier an der Seite, da, reindrücken. Okay. So, dann haben wir schon mal den Motor. Okay, okay, okay. So, die Automatik ist hier in der Mitte der Hebel. Wo ist der Sportmodus? Nein, Spaß. Ja, den haben wir auch. Den nehmen wir nicht. Der ist jetzt im Gang drinnen, oder? Ne, jetzt ist er in der Parkstellung. Okay. Wenn Sie vorne spüren, ist da so ein Hebel. Ja. Den drücken Sie mal durch. Und dann ziehen Sie den Hebel weit zurück. Mach weiter. Jetzt sind wir im Rückwärtsgang, jetzt sind wir neutral und der nächste ist die Fahrstuhl nach vorne. Okay. Jetzt ist daneben, neben dem Schalthebel, ist auf der Fläche, ganz vorne links, ein Knopf. Nur ein bisschen zurück, ein bisschen mehr links. Ja. Da vorne sind wir drauf. Jetzt haben wir die Feststellbremse. Ah. Wenn Sie jetzt den Fuß von der Bremse nehmen, fällt das Auto los. Okay. Könnten wir das ein bisschen niedriger machen? Ja, das ist jetzt nur, weil es zu warm ist. Ja, genau. Für den Sound, weil dann hört man sonst genauso so laut. Okay. Cool. Also, wie weit sehen Sie? Also, ich sehe das Auto nach vorne. Ich sehe das Auto nach vorne. Natürlich habe ich nicht so eine hundertprozentige Einschätzung, wie lang die Motorhaube ist. Also, das sehe ich nicht. Wenn Sie jetzt nämlich die Bremse lösen, rollt das Auto los, würde ich einfach erstmal nur rollen lassen. Dass Sie den Fuß über der Bremse schweben lassen. Oh, okay. Und dann erstmal hier weiter. Und dann... Dann muss ich links annehmen vorbei. Dann links annehmen vorbei. Nicht zu früh. Okay. Also ruhig auch mal selbst zu suchen, was Sie sehen. Ja. Und ich helfe gerne aus. Ein bisschen mehr rechts wieder im Balken. Und hier rechts. Ja, genau. Aber ich denke, so können wir das schon sonst gut erfassen. Ja, richtig? Ich hoffe es. Und dann nicht zu weit links fahren. Und jetzt ruhig das linke Pedal. Und jetzt mehr da links. Muss ich erstmal... Genau, eine Runde brauche ich auf jeden Fall zum Wissen. Mehr links. Mehr links. Wir fahren hier gleich rechts. Nicht zu früh. Nicht zu früh. Jetzt rechts. Weiter rechts. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Das war hinten. Hm. Mal links lenken. Asphalt können Sie nicht hin? Ja, Automatik. Ja. Automatik ist echt was Faszinierendes. Warte. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir müssen unter den Bäumen durch, ne? Ja, wir fahren nicht zu früh. Ah, okay. Jetzt lenken. Jetzt lenken. Genau. Wieder zurück. Lenken nicht zu viel. Jetzt fangen wir gerade aus. Weiter rechts. Weiter rechts, okay. Ja, gut. Diese... Nicht zu weit rechts. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig auch für mich. Quasi auf der richtigen Spur zu bleiben. Ich nehme mir mal bei. Nach links, ne? Nach links? Ja, aber noch nicht zu früh. Moment. Uh. Asphalt können Sie unterscheiden. Ja. Jetzt, genau. Moment. Wir haben ein bisschen Gas links. Aber hier geht es bergauf. Uiuiui. Okay. Ah. Das war der Bogen nach links. Links, bitte. Links müssen wir fahren. Hier ist die Barriere. Komm nicht durch. Wo war die Barriere? Ah, die hätte ich jetzt echt nicht gesehen. Rot-Weiß, ne? Das ist der Wahnsinn. Achso, da würde man auch mit dem Auto gegen fahren. Genau. Das ist eine richtige Schranke, ne? Wahnsinn. Okay, habe ich ja nicht gesehen. So, wir fahren erstmal gleich raus. Uiuiui. Erstmal jetzt lenken stärker. Und gleich wieder jetzt nach rechts lenken. Ganz stark. Ganz stark nach rechts. Ja, noch ein bisschen fahren nach rechts. Und jetzt schon wieder anfangen nach links zu lenken. Okay. Und dann geht es hier die Kurve links nicht zu früh lenken. Wir müssen erstmal ein bisschen gerade auf. Jetzt gucke ich echt schön aus dem Seitenfenster raus. Und dann geht es mal hier runter. Und wieder nach rechts lenken. Boah, das ist das ein ganz... Okay, jetzt habe ich keine Orientierung, jetzt werde ich mal lieber langsamer. Nach rechts bitte. Nach rechts. Mehr rechts. Boah, rechts, 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 rechts. Und wieder gerade. Ein bisschen rechts bleiben. Und wieder gerade. Weg vom Gas. Okay. Rechtsrum. Mehr rechts. Rechtsrum ist immer schwieriger als... Mehr rechts. Nichts. Gerade lenken nicht zu früh. Und jetzt geht es gleich links rum. Okay. Jetzt links. Nicht zu viel. Mehr links. Ja. Wieder zurück rechts. Nicht zu viel. Weiter rechts fahren jetzt. Und mehr links. Links. Nicht zu viel. Okay. Ah, jetzt. Wieder Orientierung. Mhm. Bis da vorne, bis zum Schatten zumindest. Ja. Boah, das ist der Wahnsinn. Ah, da kommt wieder die Barriere, ne? Genau. Okay, warte. Da muss ich mal langsam... Dann müssen wir noch mal sagen, wann die Straße kommt, weil das sehe ich nämlich leider nicht. Jetzt geht es ja in den Schattenbereich. Ja. Und im Prinzip im Zentrum des Schattens ist die Straße. Zentrum des Schattens. Das da? Ja, ein bisschen weiter. Jetzt geht es mal an. Muss ich echt... Das ist schwierig. Da gebe ich es doch ehrlich zu. Jetzt nach links lenken. Jetzt nach links. Ah. Jetzt wieder korrigieren. Und wieder ein bisschen weiter aus. Jetzt machen wir eine scharfe Linkskurse. Okay. Etwas bremsen. Und ganz scharf rum. Boah, boah. Das ist... Okay. Moment. Wir sind wieder zurück. Rechts lenken. Weiter rechts lenken. Hörst du da vorne auf? Müssen wir rechts rum, ne? Ja, wir fahren so leicht nach rechts. Ein bisschen mehr rechts. Noch mehr rechts. Das ist ja auch noch ein bisschen von der Geschwindigkeit abhängig, ne? Ja. Und deswegen... Und jetzt? Große freie Fläche? Ja, genau. Aber warte, dann muss ich mal gucken, wo die Straße ist. Nicht zu weit rechts. Nicht zu weit rechts. Ach da. Und weg vom Gassen und etwas bremsen. Versuch mal sanfter zu bremsen. Jetzt scharf rechts lenken. Und ein bisschen Gäste lassen. Aber nicht zu viel. Ja, ja. Sollen wir gleich mit dem Hinterrad wieder in die Brune machen? Nein, nein, nein. Diesmal nicht. Oder? Nicht zu viel. Bisschen mehr links. Weiter fahren. Oh, sorry. Ah, ich wollte nur mal aussetzen. Passt dir so. Ja, wir fahren jetzt hier gleich in die Kreisel. Aber wir fahren dann rechts wieder raus aus dem Kreisel. Okay. Kreisel rechts. Ein bisschen Gas bleiben. Etwas mehr Gas. Beine rechts. Ein bisschen weg vom Gas. Ja. Ich probiere mal so viel wie geht. Okay. Jetzt lenken. Rechts, ne? Ja, mehr. Mehr, mehr, mehr. Upsala. Ja, mehr. Nicht Gas lenken. Jetzt müssen wir mal wieder gerade machen. Weg vom Gas. Und wieder rechts. Rechts. Mehr, mehr, mehr. Rechts ist immer. Upsala. Noch mehr. Jetzt wieder zurück. Nicht zu weit zurück. Ach. Hier kommt irgendwo die... Jetzt lenken wir nach links. Nicht zu doll. Jawohl. Nicht zu doll. Ups. Bleiben wir mehr rechts. Ein bisschen nach nach hinten. Ah ja. Und dann wieder zurück nach links. Schön weiter links fahren. Rechts fahren fahren. So, ja. Ich nehme mit links und rechts zueinander. So. Weg vom Gas. Ein bisschen rechts fahren. Und dann fahren wir jetzt gleich nach hinten. Nicht zu früh. Okay. Jetzt mehr nach links. Wieder zurück lenken. Und dann fahren wir gerade aus. Ein bisschen links. Ein bisschen mehr links. Links. Achso. Achso. Ich dachte da gleich. Eine beschadene Rechtskurve. Nicht zu früh das. So. Jetzt rechts rum. Jetzt rechts rum. Und dann müssen wir hier anhalten. Rote anwischen. Moment. Stopp. Eie. Oh, sorry. Alles gut. Okay, ja. Jetzt fahren wir auf die Ampel. Warte, wo ist denn die Ampel? Die ist da. Jetzt ist cool. Jetzt können wir fahren. Nicht zu. Wie das. Nicht farbe auf den Kreisel zu. Ja. Die Kreisel ist da vorne. Weg vom Gas. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wo sollen wir uns hinstellen? Ja, wir fahren ein bisschen nach rechts. Ganz leicht nach rechts. Jetzt kann es gehen ein bisschen. Ach, da hinten. Ne. Ist schon gut. Und jetzt nach links lenken. Nicht zu viel. Noch ein bisschen mehr. Okay. Und stopp. Okay. Okay. Den Hebel nach vorne. Knopf drücken. Und ganz nach vorne. Dann daneben den Stück nach oben ziehen. Den, ja. Den nach oben ziehen. Ein bisschen vor. Mit dem Finger rein rein. Ach so. Und den nach oben ziehen. Ah, jetzt habe ich es gehört. Ja, jetzt habe ich es gemerkt. Dann auf den Knopf drücken. Und eben da drauf drücken. Genau. Und dann. So, wieder. Das ist ja fest.